Ja, da kommt jetzt ein Auto, aber ich mache noch mal ein paar Bilder, einfach so. Sehr schön, ich gehe noch mal ein Stück zurück. Und einmal, ja, vielleicht noch mal hier an der Wand, wo die blaue Wand ist. Ja, genau, du kannst, ja, ja, sehr schön, ich schaue einmal. Dann schaue ein bisschen so auf die andere Straßenseite. Ja, so ist das auch sehr schön. Dann stelle dich noch mal hin. Sehr schön, das ist schon mitgekommt. Geh noch ein Tickchen tiefer nach unten, ja, genau. Oder sonst geh noch ein Tick zurück, dass die Fensterbank nicht mehr drauf ist. Genau, ja, sehr schön. Das können wir noch ein bisschen heller machen hier. So, ich schaue mal, dass ich dich auch ganz drauf kriege oder kann. Mal schauen, ja. Wie sind die beiden? Äh, ja. Du kannst auch noch mal auf die Straße. Und setz dich noch mal hin, so in die Kniebeuge. Genau. Sehr schön. Komm noch ein bisschen näher. Und noch ein bisschen mehr dein, mal nur das Gesicht. Und schon noch mal zu mir. Und noch einmal ohne, ohne Hut. Okay. Perfekt. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.